Tag mal, Tag mal, mach die Fenster zu. Dieses scheiß Meer macht wieder einen Höllenlärm heute. Sonne, Meer, Strand und Palmen. Danke, ein mächtiger Sauhund, dass ich es sein darf, den du mit einer solchen Herrlichkeit bedenkst. Wer bist du? Was machst du hier? Wohnst du hier? Ich, Wolfgang. Und du? Jane! Ja, das ist aus einem anderen Film, aber was soll ich machen? Es reicht! Sie spricht. Warum hast du denn die ganze Zeit nichts gesagt? Dazu gab es nicht die geringste Veranlassung. Gerade eben das Mäulchen aufgemacht und schon aufmüpfig. Das haben wir gerne. Sehen Sie? Was? Genau deswegen habe ich die ganze Zeit nichts gesagt. Wegen diesen dummen Sprüchen. Das darf nicht wahr sein. Von allen Inseln dieser Welt werden sie ausgerechnet auf meine gespült. Könntest du dich doch eigentlich freuen. Das ist sowas wie ein Lottergewinn. Das lebt noch. Das lebt noch. Juhu! Es reicht nämlich jetzt, Mädel. Wie lange willst du eigentlich noch Theater spielen? Theater? Wieso? Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020